Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Kleine-Sie-Stele-Vision Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent Sie halten Dr. Kevin und ihr Team befasst Wir brauchen Sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung So, ähm, ich hatte schon mal aufgenommen Dummerweise ist da aber was passiert Und zwar ist mein Mikrofon Abgestürzt Nummer 1 Die Kranat leutet haben Shit! Das ist der D.O.B. ist tot! Er ist tot, Mann! Er ist tot! Guck mal, diese Strafe Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden Okay, machen wir das doch mal Hier drüber Das sind Überwachungskameras Ich bin drin Mal sehen, was ich finde Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln Nur deshalb sind sie noch am Leben Wollen wir das mal ganz schnell ändern Wir retten die jetzt Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant Okay Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten Wurzum Teufel Da war ganz sicher was Ja, war es auch Das war ich Scheiße, nein Scheiße Weitere Feinde entdeckt Weitere Feinde entdeckt Wir füllen sich hin Als drüber muss ich hin Die sammeln Komm schon Komm schon mal! Komm schon mal! Ich bin nur einer, hallo? Warnung! Weitere Feinde entdeckt! Ah, scheiße, die sind da. Mal sehen, wie dir das schmeckt! Ich brauche immer die Medizin. Keiner macht dich in runter und auch jede Minute! Fuck yeah! Okay, der ist überwiegend das. Er ist gleich tot. Gleich tot. Ja, ich bin schon weiter. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! All kaut's it on! Look at that place! Fuck! Was ist noch irgendwas da? Wo geht's? Okay, wie war ich vorhin noch nicht? Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Okay, freu ich. Ich gehe schon mal in Deckung. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Finde ich auch. Ich habe die Glasfasche gebrüllt geschossen. Das ist noch nicht so gut. Keiner macht sich in den Dorn. Doch, der ist noch nicht so gut. Nein, ich habe ihn. Das ist noch nicht so gut. Der versteckt sich noch. 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 Ich gehe mal in eine andere Position. Was für? Nelie kann ich hier durchschießen. Die Dude sollte nicht leer sein. Das hat man falsch abgeboten. Die Dude, der will nicht schieben. Das war ein Idiot. Das war ein Idiot. Nein. Die Idiot will sterben. Das war eine Position. Doch dauert das so lange. Der will es so. Der Teile ist raus. Der Teile ist raus. Der Teile ist raus. Das kanns anders sein. Geld. Geld mehr Counters! Schicht! Er ist gleich tot. Das wird ein leichtes Oper Waller die da raus! Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Komm. Geht da. Richtig ist das im Schimmerhandel, oder? Den Kopf unten halten und Ruhe bewachen. Warnung, Feinde entdeckt. Nein, ich will nicht sterben. Wieso? Ach du Krecke. Der Typ ne Panzerfaust. Geh an dich. Ah, da ist er noch, noch zwei. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. So, jetzt. So, jetzt. Sind wir hier langlaufen? Ist ich jetzt lang dahinten? Da hinten, Dachsicherheit. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Dachsicherheit, Dachsicherheit. Dachsicherheit, 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 Dachsicherheit. Dachsicherheit, Dachsicherheit, Dachsicherheit. einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.